Die Ampelkoalition hat gegen das Grundgesetz verstoßen, das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden. So, worum geht es? Ein zweiter Nachtragshaushalt für das Jahr 2021, der in 2022 durch den Nordischen Bundestag beschlossen wurde, wird hier als verfassungswidrig angesehen. Und zwar geht es darum, dass die Schuldenbremse nach Artikel 115 Grundgesetz durchaus auch hier ein wenig ausgehebelt werden darf. Ich lese mal vor, Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 Grundgesetz im Falle von außergewöhnlichen Notsituationen und so weiter und so weiter können diese Kreditobergrenzen aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden. So, das ist hier auch geschehen. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht zwei Sachen bemängelt und damit das Ganze hier als verfassungswidrig eingestuft. Zum einen wurde der Nachtragshaushalt für 2021 erst nachträglich in 2022 beschlossen, was so nicht hätte sein dürfen. Und zum anderen, warum kam es zu einer Umschichtung? Das Ganze war hier für Notsituationen reserviert, die Aushebelung der Schuldenbremse nämlich. Und nämlich die Corona-Lage, die pandemische Lage damals in Deutschland und auch im Rest der Welt. So, und nun wurde aber, weil das nicht ausgeschöpft war, der Rahmen von 60 Milliarden Euro, nun wurden aber diese Gelder anderweitig verwendet, umgeschichtet. In den Klimaschutz nämlich, zur Erhaltung der E-Mobilität und so. Und diese Umschichtung hier ist nicht ausreichend begründet worden, so das Bundesverfassungsgericht heute. Es kam zu keiner ausreichenden Begründung des Umschichtens in einen Klimafonds. Das heißt, dieses Aushebeln der Schuldenbremse ist dann schlussendlich für andere Zwecke als die Aushebelung genutzt worden. Und das hat das Verfassungsgericht hier als verfassungswidrig eingestuft, eingeschätzt und damit vernichtig erklärt. Was denkst du über die Schuldenbremse? Was denkst du über diese Niederlage hier in steuerlicher Hinsicht für die Ampelkoalition?